Das ist Max. Max möchte gerne etwas für seinen Vermögensaufbau tun und sucht nach geeigneten Möglichkeiten. Doch nachdem sich Max eingehend mit dem Thema Vermögensaufbau beschäftigt hat, muss er feststellen, dass es heutzutage sehr schwierig ist, überhaupt eine Möglichkeit zu finden, für sein Geld einen attraktiven Zins zu erhalten. Die stark schwankenden Aktienmärkte auf der einen Seite und niedrige Zinsen auf der anderen Seite erschweren es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Sicherheit zu gewährleisten. Soll Max sein Geld lieber langfristig anlegen oder versuchen, kurzfristig von den Entwicklungen an den Aktienmärkten zu profitieren, die aber immer wieder Schwankungen unterlegen sind? Was passiert zum Beispiel, wenn die Aktienmärkte gerade mal wieder im Keller sind, Max jedoch sein Geld dringend braucht? Aber auch Spar- oder Geldanlagen mit einem Zinsniveau, das sogar unter der Inflationsrate liegt, bieten hier keine interessante Alternative für Max. Klaus, ein guter Freund von Max, scheint diese Sorgen allerdings nicht zu haben. Aber was macht Klaus anders und welchen Grund gibt es dafür? Klaus hat sein Geld in ein Nachrangdarlehen investiert. Mit einem Nachrangdarlehen hat Klaus die Möglichkeit, von einem sehr interessanten und rentablen Markt zu profitieren. Klaus bekommt einen Zins von durchschnittlich 7,65% pro Jahr fest zugesichert. Und dies bei einer Laufzeit von nur 180 bzw. 360 Tagen und mit einer Sicherheit, die man in diesem Marktsegment sonst vergeblich sucht. Ein Nachrangdarlehen hat aber auch weitere Vorteile. Das eingesetzte Kapital unterliegt absolut keinem Kursrisiko. Klaus kann sich ganz und gar auf den vereinbarten Festzins verlassen. Klaus muss auch kein Großinvestor sein, um jährliche Zinsen in Höhe von durchschnittlich 7,65% zu erhalten. Er kann sich bereits ab einem Einmalbetrag in Höhe von 3000 Euro diesen Zins sichern. Zusätzlich wird mit dem Geld von Klaus nicht spekuliert. Es wird ausschließlich in reale Werte innerhalb Deutschlands investiert. Darüber hinaus wird Klaus durch den Einsatz eines neutralen und unabhängigen Treuhänders ein Maß an Sicherheit geboten, das gegenüber vergleichbaren Angeboten deutlich herausragt. Dieses hohe Maß an Sicherheit wird dadurch gewährleistet, dass eine umfassende Mittelfluss- und Mittelverwendungskontrolle zugunsten der Darlehensgeber ausschließlich von einer externen und unabhängigen Rechtsanwaltskanzlei als Treuhänder durchgeführt wird. Der unabhängige Treuhänder stellt zudem sicher, dass Klaus sein zur Verfügung gestelltes Kapital zuzüglich der fest vereinbarten Zinsen fristgerecht und vollständig ausgezahlt bekommt. Zudem wird das von Klaus zur Verfügung gestellte Kapital in eine Vielzahl von Projekten an verschiedenen Standorten mit verschiedenen Partnern investiert. Diese Streuung der Investitionen ist ein weiterer, nachhaltiger Sicherheitsaspekt für Klaus als Darlehensgeber. Durch diese und weitere Kontrollmechanismen stellt ein Nachrangdarlehen für Klaus die perfekte Alternative zu allen herkömmlichen Investments dar. Wenn auch Sie ein Festzins von durchschnittlich 7,65% pro Jahr vor Steuern überzeugt hat, wenn auch Sie Ihr Geld nur kurzfristig anlegen möchten, um flexibel zu sein, wenn auch Sie erfahren möchten, wie Sie Ihr Geld gewinnbringend und sicher anlegen können, dann vereinbaren Sie einfach ein unverbindliches Beratungsgespräch. Wir sind gerne für Sie da. Bitte beachten Sie noch folgenden Hinweis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017